Ein schöner Schnee draußen, ey! Gott, ich bin aber immer doller, der Schnee. Draußen ist schon wieder alles weiß. Warte, fühlt schon nicht schlecht aus. Endlich kommt mal der Winter mit zwei Monaten Verspätung. Schlimm. So. 107? 109? Oh ja, geht ja. Solange sie die wieder rein teleportieren, kennen wir ja, ne? Ist ja hier nicht so, wie als wenn das nur super selten vorkommt würde. Okay. So, war ich echt gesäubert? So, war ich echt gesäubert? So. So. Was? 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 Was ist das? So, müssen wir jetzt auf die andere Seite? Mal gucken. Was denn hier so abgeht? Äh... Oh, warte. Oh, äh... Alter, was war das denn gerade? Gut, ich muss aber schon mal runter. Ich rüber zumindest erstmal auf hier. Oh, schnauze, schnauze, schnauze. Oh, schnauze, schnauze. Oh, schnauze, 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 schnauze. Oh, schnauze, schnauze, schnauze. Was ist das denn jetzt? Oh! 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 Schwer hier, dass wir le portieren, ja. Oh! Oh! Oh, ja, schnauze. Oh, ja. Oh, ja, schnauze. So, jetzt haben wir die blaue Key, wo können wir fahren mit hin, dahin wo was blau ist, wo ich, äh genau, abkommen, oh, fuck ja, wo soll ich das Volk dann bitte? Oh, Mann! Keine Sequels? Doch, für Stück. Da hinten ist schon eine rosane Linie, ansonsten Pulver. Immerhin eins. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Oh, ernsthaft jetzt? Woher? So, dann für das, die Eidladi. So, dann. Fuck you. Das ist aber kein Secret. Da oben war das die... Nee. Du sollst nicht drum hinkommen. Ach Gott, hast du die Frage. Okay, mal wieder. Ja, woher geht der noch? Ach so. Okay, dann ist vielleicht... Ich hab mich gerade geirrt, was die Konstruktion hier angeht. Ich dachte, ich wäre in dem Raum... Wie wäre das Exit? Aha. Sag ich doch. So, dann wollen wir einen Ein-Siegel. So, nochmal eine Tür. Wo geht die denn? Ach so kommen wir hier normalerweise hin. Okay. Schau, das, was wir gerade gesehen haben, ist ja wohl scheinbar das Secret Exit. Das Problem ist, ich muss da rein, damit mir das gewertet wird. Genau, so. Jetzt kommt also gut noch zwei Sequels. Hier, irgendwo wollte ich doch verarschen. Die Frage ist, nehmen wir das Secret Exit oder gehen wir das normale Exit? Ich glaube, wir nehmen mal lieber das normale Exit. Ist schon verrückt genug. Ich bin ganz frei gespawnd hier. Äh, war es hier wieder falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da sind auch schon wieder... ...Dinkies. Ne, wo war ich denn hier? Halt. So. Danke. Jetzt. Schauen wir zwei.